Ich bin verliebt in meine neue Haarfarbe. Neu von L'Oreal Paris. Die Chocolate Factory Farben von Carstin Creme Gloss. Glänzende Farbe, lebendige Reflexe. Wie Praline mit zartem Goldreflex. Leuchtendes Schokolade. Oder dunkle Schokolade mit Palmetreflexen. Sorglos ohne Ammoniak. Hält bis zu 8 Wochen. Carstin Creme Gloss von L'Oreal. Wir sind es uns wert.